Musik Hallo ihr Lieben und willkommen zurück in Fallout 76. Ich habe mir überlegt, dass wir einfach mal hier oben hingehen werden. Und zwar ist es auf der Karte, hier nehme ich mal an, dann dieses Teil. Was immer das auch darstellen soll. Ist ja auch im Grunde egal. Wir werden es jetzt einfach mal erkunden und sind dann ja auch auf dem Weg zu meinem Honig. Ich zöge mal lieber meine Waffe. Lade sie schön nach. Und los geht's. Und hepp. Paramedic. Ach, mir fällt gerade was ein. Ich habe ja noch was anderes zum Anziehen. Und zwar die Grisa-Jacke und Jeans. Achso, wartet mal, ich muss ja die Waffe wegpacken, ne? Ah ja, okay. Ich habe die zwei in Fallout 4 nie getragen, weil ich die Upvie nie so mochte. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt egal. Machen wir mal eine Ausnahme. Ups. Ähm, was soll ich denn da? Hier sind doch wieder irgendwelche kleinen blauen Robies, oder? Ja, ja, ich wusste es. Ich wusste es, ich wusste es. Wo seid ihr denn? Na, ihr kleinen Scheißer, wo seid ihr? Kommt raus. Zeigt euch. Ja, ich wusste es. Warum ist es jetzt auf einmal wieder so neblig? Das ist ja richtig. So, laufe ich heute noch richtig? Oh Gott, ich laufe ja gar nicht richtig. Ich muss irgendwie... Da hoch. Ich guck mal, nur irgendwie. Was ist denn da unten? Sehe ich mir ein andermal an? Oh, bist du böse? Du bist böse. Du bist böse. Komm, lass uns ne Runde quatschen. Ich hätte liebend gerne mit dir geredet, Mr. Farmhand. Oh. Wow. Lecko mio. Yo. Level up. Aua, Mann los. So, passt das? Da ist eine Werkbank, sehr gut. Hier auch, da verwerte ich schnell mal meine Sachen. Wunderbar. Ich mach mal Licht. Okay. Ja, sehr schön. Ein paar Thronen, sehr gut. Okay, hier ist jetzt weiter nichts. Dann gehen wir wieder runter. Oder muss ich hier vielleicht aufs Dach noch? Nein. So, was hab ich denn jetzt überhaupt entdeckt? Orwell-Plantage. Schlammwohnung. Okay, der ist leer. Wow. Hier kriege ich ja total was ab. Lucky Hits Lotterieaufnahme. Okay. Sehr geehrte Mrs. und sehr geehrter Mr. Bennett Orwell, wir von der Lotteriegesellschaft West Virginia Lucky Hits freuen uns, Sie über das Ergebnis der Lotterie im November zu informieren, die am 10. Mit großer Freude teilen wir Ihnen mit, dass Sie damit die Gewinner der Glückslotterie im November sind. Es handelt sich um den größten Gewinn einer Monatslotterie in der Geschichte von Lucky Hits. Sie sind hiermit zu einer unverzüglichen Bargeld-Auszahlung in Höhe von 300.000 Dollar berechtigt. Herzlichen Glückwunsch, Mr. und Mrs. Orwell. In nur wenigen Tagen, am 30. November, wird Sie ein lokaler Vertreter von Lucky Hits zu Hause aufsuchen. Um sämtliche Missverständnisse zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, unsere Firmenzentrale zu kontaktieren, um Ihre Adresse zu bestätigen. Wir möchten Ihnen raten, diese Neuigkeit vorerst nicht gegenüber der Öffentlichkeit preiszugeben. Wir wissen alle unsere Kunden von Lucky Hits sehr zu schätzen und können es kaum erwarten, von Ihnen zu hören. Noch einmal herzlichen Glückwunsch, Mr. und Mrs. Orwell, die Gewinner von West Virginias größter Lotterie. Oh, das sind die hier, oder? Ne, Zivilist. So, ich nehme das mal alles mit, weil ich brauche eine ganze Menge Schrauben und... Ups, so ein Kiki. Seid ihr die Orwells? Tja, soviel zum Lottogewinnen, ha? Da liegt ein Zettel. Sherrods Tagebuch 14. Oktober 2077 Ian ist heute nach Charleston gegangen, um ein neues Darlehen zu beantragen, aber die Bank hat ihm wieder abgewiesen. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun werden. Wir wussten ja, dass uns ein hartes Jahr erwartet, aber diesmal werden wir wohl nicht mal 100 Körbe von den Bäumen pflücken. Die Ölfallen haben kaum etwas gegen das Mottenproblem ausgerichtet und ohne Unterstützung können wir uns nicht genug Insektengift leisten. Ich weiß nicht, woher wir so viel Geld nehmen sollen, egal was wir tun. Die Herbsternte ist so gut wie verloren. Oh, das tut mir leid. Mr. Handy Treibstoff. Oh, ein Safe. Äh, au. Die schöne Haarklammer. Na. Komm schon. Aua. Von wegen Stufe 0. Schröckpatronen. Oh, das tut mir leid. Okay, hier oben ist nichts weiter. Alles klar. So, da komme ich ja nicht rein. Ach, guck mal, da war ich ja noch gar nicht, ne? Hier. Ah, Leder. Na gut, dann werde ich wieder meinen Schrott verwerten. Ähm. Challenge abgeschlossen. Verwerbte Schrott. So, Waffen. Ähm. Korkschrott. Rohgummi. Stahlschrott. Na ja, immerhin. Dann nehme ich mal die hier weg. Die andere ist nämlich noch ein bisschen heiler, würde ich sagen. Okay. Sehr schön. Oh, ich habe durstig gerade. Mal gucken, was ich habe. Hunger. Sieben Red, oh mein Gott. Na gut. Aber, muss ich mir mal merken, gekriegter Red Hirsch macht auch gleichzeitig eine Tragerkapazität von 20 mehr. Hm. Knallbeeren-Saft, da habe ich drei von. Oh, das läuft gleich ab, dann trinke ich das mal. Oh. Das habe ich gerade gesehen, das macht auch ein bisschen kritischen Schaden. Will jemand mit mir kämpfen? Gut. Also, das hätten wir jetzt auch entdeckt. gut. Ist da oben noch was vielleicht? Oh, das klingt ja so wie ein Spreepark. Das Riesenrad. Ganz schön unheimlich, aber total cool. Oh. Ganz schön unheimlich, aber okay. Da ist noch so einer. Ja. Warum sind die alle so böse? Das ist voll unfair. Ich tue denen doch gar nichts eigentlich. Oh, das ist einfach weggeflogen. Oh, guck mal. Ein Eisladen. Oder? Das soll doch Eis sein, oder nicht? Oh. Ein Fagule. Was habe ich eigentlich noch für Waffen? Wartet mal, wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Ich nehme mal kurz die hier. Oh Gott. Na komm. Na komm. Na komm. Juhu. Oh, New River George Brücke. Huch. Knapp daneben ist vorbei. Zigarre. So. Da gehen wir gleich hin. Wir machen das erstmal hier. Ein Eislaum. Ein Eislaum. Huch. Na komm schon, Baby. Jetzt. Noch jemand? Ich höre Leute. Ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Irgendwo höre ich was. Wow, 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 wow. Wo kommst du denn her? Hier. Ah. Ah. Lass mich in Ruhe. Ah. 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 Mann, oh. Ja, zielen wär nicht schlecht. Dankeschön. Ah. 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 Der war sauber. Der war unsauber. Der war noch unsauber. Okay. Ah, schon wieder irgendwo ein Radio. Mano. Geh weg. Geh weg, Radio. Ach, da. Da ist Radio. Plastik. Brauche ich Plastik? Na, Glas lasse ich erstmal liegen. Ich höre noch Schritte. Und in Safe kümmere ich mich gleich. So, bist du tot? Ja, bist du. Blechdose. Kirat hat das gerade ein bisschen komisch. Das komme ich nämlich jetzt auch mit. Oh, eine große Babyflasche. Glöbirnen. Süßkuchen. Hm. Lecker, lecker. Porte Diner. Na, komm schon. Dich will ich haben. Äh. Ups. Okay, hier kann ich wenigstens meinen Schrott verwerten. Sehr schön. Hunde futtern der Dose. Sehr gut. Hier ist eine kleine Fabrik gewesen. Hier wurde vielleicht das Eis hergestellt. Wer weiß, wer weiß. Und jetzt rumfocken. Super. So. Erstmal wieder verwerten. Ach so, da ist ja noch einiges zum Sammeln. Ich dussel. So, ich glaube, ich brauche nicht mehr schleichen, oder? Oh, abgekochtes Wasser. Genau. Hier war ich ja schon drin. Aber in die nächste Etage kommt man nicht, oder? Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Ach, ich habe vor allem den Safe noch vergessen, ne? Genau, da war ja was. So, schön langsam. Okay, genau so. Genau, hier war ja nichts weiter. Aber ich glaube, in die nächste Etage kommt man nicht. Hier passt nicht von drin. Genau, hier ist die kleine Fabrik. Genau, hier ist die kleine Fabrik. So, hier kommt man nicht rein. Ein paar leuchtende Pilze. Hier auch. Aha. So, ein Geweih wollte ich schon immer haben. Ah, Leute, was ist... Guckt mal, was ist denn hier? Aha. So, ich gehe mal ganz kurz auf die Karte, um zu gucken. Ach, das ist die Brücke hier, oder was? Ne, das ist die hier. Alles klar. Ach Mist, schade, dass man hier nicht speichern kann. Huch, wo kommst du denn durch hergebrochen? Right away. Huch. Jetzt hat es ein bisschen geleckt. So, komme ich jetzt da auch irgendwie runter. Ohne mir den Hals zu brechen. Ja. Leute, den Rest machen wir dann aber in der nächsten Folge. Was ist denn da? Ein Bilderguh. Da sind mehrere Bilderguhle. Gut, das tun wir dann aber in der nächsten Folge. Die erledigen meine ich. Die da. Genau, das sind drei, glaube ich. Es war schön, dass ihr zugesehen habt. Und ich hoffe, ihr seht das nächste Mal wieder mit dabei. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye.